Herzlich Willkommen zurück bei Diablo 2. So, wo sind wir stehen geblieben? Ja genau, ich muss erstmal was erwähnen und zwar ist mir so ein Blitzgedanke gekommen, dass ich meinen... Wo habe ich ihn jetzt einsortiert? Meinen ersten gefundenen Geats. Ja, den habe ich überhaupt gar nicht in meiner Liste eingetragen. Den habe ich in Folge 13 gefunden und seitdem musste ich dann den Titel aktualisieren. Also überall plus einen gefundenen Gegenstand mehr habe ich dort eingetragen. So, ich glaube ich habe irgendwo ein Thumbnail bei 17 oder so. Da steht dann 117 anstatt 118 oder so. Naja. Womit fangen wir an? Weiß ich selber noch nicht. Mephisto. Boah, wo war der denn? War der so weit weg? War der so weit weg? Ui, 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 ui. Du kamst zu spät. seltener doch noch draufgegangen schade für den totenbeschwörer nicht schlecht aber ich habe nicht vor ein zu spielen so naja kommt oder sollten das machen wir mal an dariel ja Ich muss erst mal wieder warm werden. Wieder nix. Oh doch, ein Runenzepter. Ich kann nicht noch mehr tragen. Uiuiuiuiui, Runenzepter. Sarkarums Hand, den habe ich glaube ich noch nicht. Yay, erster Gegenstand für diese Folge. Ja? 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 schauen wir mal hier rein nix die map ist echt weit weg du kommst zu spät du kommst zu spät nix ich würde gerne öfter mephisto machen also eigentlich nur mephisto lass uns mal einen albtraum starten und dann machen wir die map nochmal neu mach ich halt mal kurz im albtraum mephisto na wo ist er pass auf was ist für eine map muss ich doch darüber kriegst du da tankrids schädel so hölle neue map neues glück komm jetzt ganz dicht poppen höh war das links ne nicht rechts ah geil ist doch gut du kommst zu spät ich bin überladen ohne sundan habe ich auf jeden fall noch nicht 25 prozent chance auf vernichtenden schlag blutrausch habe ich glaube ich schon aber auch eine gute waffe klingenbogen nicht vergessen muss ich mir kann ja mal vergleichen 10 120 50 5 25 32 so zweiter gegenstand klingenbogen reißhaken reißhaken habe ich auch schon ein reißhaken auf 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 Outsch! Ja, das wollte ich gar nicht. Wurde besiegt von böse Macht. Kein Portal gemacht. Na schön. Meine Brüder sind hier Elle-Kommel. So. Du kommst zu spät. Kriegshammer. Eisenstein. Was braucht ihr? Ja, der Tando habe ich. Hoffe ich doch. Ja, der Tando. Ah, ich verklicke mich heute andauernd. Ah, der Akt nicht gewechselt. Schön euch zu sehen. Ach, komm. Du kommst zu spät. Ich bin nicht mehr. Ich bin nicht mehr. Ich bin nicht mehr. Ich bin nicht mehr. Ein Ring! Rabenfrost habe ich auch noch nicht glaube ich ja Du kommst zu Späten Schädelspalter Glaube, dass ich den auch noch nicht habe Du kommst zu Späten Du kommst zu Späten 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 Wollte gerade sagen. Ah, habe ich die noch nicht? Ah, sehr schön. So, die habe ich noch nicht. Senders, Aberglober habe ich glaube ich auch noch nicht. Blutfaust könnte ich schon haben. Ja. 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 Ich brauche Mane. Vielen Dank. Vielen Dank. Das gefällt mir. Tränenkeule habe ich schon. So, die Essenzen brauche ich jetzt erstmal nicht mehr. Sarus Stiefel habe ich. Und Tränenkeule. War ich der Meinung, dass ich die auch schon habe? Ja. Ja. Ja, die Map gefällt mir. Erstmal ist sie dicht dran. Habe ich jetzt neu gestartet? Gut. Mach's nochmal. Du kommst zu spät. Du kommst. Untertitelung des ZDF, 2020 Du kommst zu spät! Ich brauche Mana! Was braucht ihr? Viel Gold habe ich nicht, aber ich versuche es nochmal mit einem Söldner. Du kommst zu spät! Du kommst zu spät! Du kommst zu spät! Du kommst! Du kommst! Gegrüß! Ah, stirbt der seltener? Nein. Eisenhardt habe ich. Ich weiß gar nicht, ob hier bei Mephisto auch Tairashas Rüstung droppen kann. Würde mich mal interessieren. Ich weiß gar nicht, ob hier bei Mephisto. Ich weiß gar nicht, ob hier bei Mephisto. Kriegsknüppel. Schrillfrost. Den habe ich noch nicht. Du kamst zu spät. Leichter Gürtel. Schlangenband. Level 12. Du kamst zu spät. Vollhelm. Säbel. Ja? Himmlische Sichel. Habe ich. Dämmer tief habe ich glaube ich noch nicht. Ich guck. Seht ihr ja. Dann. Hups. 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 Hup. Hups. Irathas Ärmelaufschläge. Hab ich. Du kommst zu spät. Ich brauche Mana. Du kommst zu spät. Du kommst zu spät. Du kommst zu spät. Warnins Gerechtigkeit. Warnins Gerechtigkeit. Hab ich schon. Warnins Gerechtigkeit. Hatte ich Klegelauf schon komplett? Ja. Ja. Warnins Gerechtigkeit. 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 habe ich schon neu gemacht habe ich nicht ich nehme jetzt alle habe ich schon der tanner blutstab den habe ich noch nicht der kommt mir ganz komisch vor nein den habe ich schon den habe ich sowieso mensch was braucht ihr du kommst zu spät schwarz egel klinge der name kommt mir auch sehr bekannt vor ich bin mir hundertprozentig sicher dass ich den habe aber ich kann einfach nicht würde mir in den arsch beißen wenn ich ihn doch noch nicht habe du kommst zu spät blutfaust blutfaust habe ich doch vorhin schon kontrollieren du kommst zu spät blutfaust Vielen Dank. Meine Brüder sind dir entkommen. Der Kampfast. Himmelscher Heiligenschein. All right. Meine Brüder sind dir entkommen. Es ist nicht wahr, ne? Ein drittes Titans und noch kein Chaco. Es ist nicht wahr. Guck mal, ich habe beide aufbewahrt, ne? Eisenhardt habe ich schon. 190, 192. Ja, verkauf den. Seid gegrüßt. Ach komm, weg damit. Das ist nicht wahr. Meine Brüder sind dir entkommen. Was braucht ihr? Das ist nicht wahr. Meine Brüder sind dir entkommen. OUCH! OUCH! Vielen Dank. Mist. Leichte Plattenrüstung. Himmlisches Gewand. Die habe ich auf jeden Fall noch nicht. Himmlisches Gewand. Du kommst zu spät. Vampirknochenhandschuhe. Dracult Griff. Yes. Wie geil ist das denn? Smiter kann kommen. Smiter kann kommen. 14 Stärke. Bam. Level 76 Minimum für Smite. Geht natürlich auch anders. Ich habe sogar schon mal Level 30 Ubers gesehen. Hardcore sogar. Geil. Dracult. Malz. Meine Brüder sind dir entkommen. Komm, Mann! Meine Bründer sind hier entkommen. Eine Korone. Lenimo. Level 7 Gürtel. Aha. So, der Säbel. Himmlische Sichel. Ne, hab ich schon. Und eine Korone. Die zweite. Und eine Korone. Meine Bründer sind hier entkommen. Die Bründer sind hier. Ich würde echt gerne wissen, ob Tairashas Rüstung auch hier droppt bei dem. Oder ob das einer der Items ist, die wirklich nur bei den wenigen droppen. . 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 Meine Brüder sind hier entkommen. Die Brüder sind hier. Die Brüder sind hier. Die Brüder sind hier. Meine Brüder sind hier entkommen. Die Brüder sind hier. 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 Meine Brüder sind hier. Die 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 Brüder sind hier. Du kommst zu spät. Warum fällt denn der nicht um? Jetzt. Bieden Händler. Todesfallen Flamme. Oh. Arktisches Horn. Und dann liegt hier noch... Ja, den Reif will ich mir noch angucken. Ähm, Todesfallen Flamme. Ist, glaube ich, neu. Hoffentlich. Ich packe ihn ein. Ich gucke dann. So, der Bogen. Arktisches Horn. An sich nicht verkehrt zum Level... Äh, nee, das ist Level 65. Zauberer... Ist nicht schlecht. Ist nicht schlecht. Aber ich kann es halt nicht gebrauchen. Schiff. Aber ich weiß es nicht. So kann es nicht... Aber ich kann es nicht abschlen, aber ich sage es nicht... Ich kann es nicht. So kann es nicht hin. dann schliere ich mal. Ich kann es nicht. Die Rüder sind hier entkommen. Nicht genug Mahn. Ihr müsst zu späten. Du musst zu späten. Fala Hanesh. Goldhaut. Du kommst zu spät. 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 Tai-Tail-Tail-Tail-Tail-Tail-Tail-Tail-Tail-Tail-Tail-Tail-Tail-Tail-Tail-Tail-Tail-Tail-Tail-Tail-Tail-Tail-Tail-Tail-Tail-Tail-Tail-Tail-Tail-Tail-Tail-Tail-Tail-Tail-Tail-Tail-Tail-Tail-Tail-Tail-Tail-Tail-Tail-Tail-Tail-Tail-Tail-Tail-Tail-Tail-Tail-Tail-Tail-Tail-Tail-Tail-Tail-Tail-Tail-Tail-Tail-Tail-Tail-Tail-Tail-Tail-Tail-Tail-Tail-Tail-Tail-Tail-Tail-Tail-Tail sehr cool habe ich auch noch nicht du kommst zu spät stahl sucher ist die seite bald komplett habe ich wieder ordentliche arbeit gleich du kommst zu spät ja 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 du kommst zu spät ja 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 du kommst zu spät schottenschwert schottenschwert seelenschinder habe ich schon du kommst zu spät Ui! Was braucht ihr? Du kamst zu spät! Du kamst zu spät! Du kamst zu spät! Du kamst zu spät! Habe ich glaube ich beide schon? Schattenzahn! Ihre Tastrolle! Du kamst zu spät! Du kamst zu spät! Meine Brüder sind dir entkommen. Komm schon in die Mitte hier. Dämmer tief. Verklickt. Meine Brüder sind dir entkommen. Meine Brüder sind dir entkommen. Tankretze Bodenpike. M-m-m-m. Letzter Run für heute. Letzter Mephisto Run. Jetzt holen wir uns noch einen Schacko ab zum Feierabend. Oh. Legende Ring. Näh. Haha. Was ist das denn für ein Abschluss? Der Stein von Jordan. Leute. Wie geil ist das denn? Sehr cool. Das ist doch mal ein Abschluss. Das ist doch mal ein Abschluss. Das ist doch mal ein Abschluss. Sehr cool. Sehr cool. Goodie. Mit dem Abschluss verabschiede ich mich dann auch aus dieser Folge. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.